Die Kühltürme geben keinen Dampf mehr ab. Das Atomkraftwerk ist seit Anfang des Jahres stillgelegt und im Vordergrund vorm Atomkraftwerk, da konnte man noch den Platz der Reichserntedankfeste, der am Bückeberg bei Hagen-Osen erkennen. Ja, ein herrlicher, leicht diesiger Blick. Ich bin hier oben am Hohenstein im herrlich-mystischen Sündel und genieße hier den Blick von der Teufelskanzel weit Richtung Süden in unser herrliches Weserbergland. Wenn ihr sehen wollt, was es hier alles sonst noch so im Sündel zu entdecken gibt und das ist einiges, ja dann bleibt mal dran. Ich bin jetzt hier schon am Fuße des Sündels. Das hier ist der Jahnhüttenweg, der mich weiter hoch Richtung Gesündelturm führen wird. Da unten im Tal, da habe ich geparkt, da ist der herrliche, beschauliche kleine Ort Wellihausen. Da ist meine Tour gestartet und dann geht es hier auch gleich ziemlich steil hoch in den Sündel. Gefühlt habe ich hier schon die ersten 100 Höhenmeter hinter mich gebracht. Ja, Jahnhüttenweg, Sündelturm, ihr seht, wo es heute hingeht. Aber ich bin hier an einem, ja, unscheinbaren Abzweig. Und dieser Abzweig führt hier rechts hoch in, ja, circa S-östliche Richtung in den, ja, südlichen Sündel hinein. Und dieser Abzweig, der hat es leider ganz schön in sich. Denn, ja, dort oben haben wir die, ja, Relikte einer, ja, wirklich unseglichen Zeit hier in Deutschland, nämlich des Nationalsozialismus, wenn man den Weg hier weiter hochfährt, kommt man zu den Resten des Horst-Wessel-Denkmals, das dort oben im südlichen Sündel, ja, zur Zeit des Nationalsozialismus gebaut wurde. Horst Wessel war ein SA-Mitglied und wurde dann von den Nationalsozialisten zum Märtyrer hochschilisiert, weil er, ja, von Kommunisten umgebracht wurde und ihm zu ehren wurde damals dort oben eine Säule erstellt, die dann, ja, wenn der Krieg vorbei ist, sogar zu einem riesigen Denkmal ausgebaut werden sollte. Die Säule wurde dann von den Alliierten gesprengt und die, ja, Reste liegen dort oben dann noch rum. Dort oben gab es ein riesiges Plateau. Wenn man dort oben ist, kann man das auch noch so ein bisschen erahnen, aber mittlerweile, Gott sei Dank, alles zugewachsen und, ja, kaum noch zu erkennen. Ja, dieses Horst-Wessel-Denkmal, das hatte ich schon mal besucht auf einer kleinen Wandertour hoch zum Sündelturm. Das Video habe ich euch hier gleich mal verlinkt. Sehr interessant, könnt ihr euch am Ende dieses Videos gerne mal anschauen. Da geht es dann hier hoch. Ja, und wenn man von diesem unsäglichen, gesprengten und hoffentlich bald vergessenen Denkmal dort oben im südlichen Sündel redet, dann darf man in diesem Zusammenhang nicht die Reichserntedankfeste am Bückeberg vergessen. Die sind nämlich auf Sichtweite Richtung Süden. Und dort kann man, wenn man über Hameln hinweg schaut, dann ganz klar das ehemalige Veranstaltungsgebiet der Reichserntedankfeste, der bei Hagen-Osen entdecken, ein riesiges Plateau, das über eine Million Menschen, ja, auffangen konnte und die dann, ja, dem Führer ihren Tribut gezollt haben. Es gibt da viele historische Aufnahmen, wo Adolf Hitler da diesen Führerweg hinaufschreitet und die Massen um ihn rum, ja, bejubeln, ja, ihr Idol. Ja, es war eine ganz schreckliche Zeit. Ich habe den Bückeberg, die Reichserntedankfeste, auch schon mal festgehalten. Das Video habe ich euch hier mal verlinkt. Es ist allerdings jetzt mittlerweile ein bisschen überholt worden. In dem Video habe ich es ein bisschen angeprangert, dass das ganze Gebiet dort oben, ja, verkommt und dass es dort keine Erinnerungskultur mehr an die Reichserntedankfeste gibt. Die Ehrentribüne war vollständig überwachsen. Es war alles vermüllt und, ja, nichts sollte mehr an diesen Ort da bei Hagen-Osen erinnern. Das hat sich jetzt geändert. Dort oben gibt es eine Dokumentationsstätte, die dem geneigten Besucher nochmal zeigt, was dort oben auf diesem Gelände so alles, ja, abgelaufen ist. Und deswegen, ja, mittlerweile ist auch der Bückeberg bei Hagen-Osen, wo die Reichserntedankfeste stattgefunden haben, ein sehr lehrreicher und interessanter Ort geworden. Also, das Denkmal hier auf Sichtweite Richtung Hameln, Richtung Gebückeberg. Der Planer dieses Denkmals hat sich gesagt, wenn dann, ja, in Nachkriegszeiten die Reichserntedankfeste dort in Hagen-Osen wieder stattfinden, dann kann man auf Sichtweite, ja, Horst Wessel Grüßen sehen. Und, ja, dieser Traum ist ja dann Gott sei Dank zerplatzt. Ja, das hier gleich wieder eine bombastische Einleitung, denn, ja, ehrlich gesagt bin ich ja 300 Meter weit gekommen und habe hier mit meinem Radl gleich eine Pause eingelegt. Deswegen, jetzt geht es erstmal weiter hier, den Jahnhüttenweg immer weiter hoch Richtung Hohe Egge. Denn dort oben auf der Hohen Egge, das sind ungefähr 440 Meter über Normalnull, da haben wir den Sündelturm. Und, ja, den will ich jetzt erstmal als erstes Ziel hier auf meiner rund 25 Kilometer langen Sündeltour besuchen. Auf geht's, die Höhenmeter warten. Ja, das ist einfach passiert. Hier ist es. Da war' laucht. Oh mein Gott. Ja, das war' laucht. Wir gucken uns aber das ist degreesIES. Du hast noch mal, Tiere anderen Steppen. Und du hast hier, natürlich erinnert euch Acht собствен. Mein erstes Etappenziel ist erreicht. Der Sündelturm hier im Sündel auf der höchsten Erhebung der Hohenegge mit 440 Metern. Und der Sündelturm, der packt noch eine Schippe oben drauf, nämlich 25 Meter. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da oben auf der Aussichtsplattform, da wo die Amateurfunkanlage thront, da hat man einen herrlichen Blick über das umliegende Bergland hier in unserer herrlichen Region. Ja, wir haben natürlich Richtung Norden das Steinhuder Meer, das sich dort hervorragend erkennen lässt, aber auch natürlich die Landeshauptstadt Hannover mit ihren großen, weiten Ausläufern. Wir haben dann im östlichen Bereich ganz dominant den Deister mit der Deisterpforte und dann den beginnenden kleinen Deister Osterwald und Nesselberg. Und natürlich dann noch weiter so südöstlich die Ausläufer vom herrlichen Id, den Schweineberg, der da zwischen Hameln und Sündeltrond. Und natürlich in der Entfernung das Atomkraftwerk Grunde und den Platz der Reichserntedankfeste zur Nazi-Zeit. Im Westen haben wir dann schon die ersten Ausläufer des Teutoburger Waldes. Dort sind wir im Lipperbergland. Ja, und diesen Blick dort oben, den kann man allerdings nur genießen, wenn die Schandwirtschaft auf hat hier oben am Sündelturm. Und das ist heute Morgen um sechs. Ja, leider noch nicht der Fall. Und deswegen muss ich hier unten bleiben. Aber ich werde mich jetzt hier vorne auf diesen herrlichen Sitzgelegenheiten ein wenig stärken. Und während ich das mache, habt ihr die Chance, euch den Sündelturm hier mal von oben einzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, herrliche Impressionen hier vom Sündelturm. Und man konnte gut erkennen, was dieser Turm für einen herrlichen Ausblick bietet, wenn er denn offen ist. Ja, man hat natürlich durch das diesige Wetter nicht ganz so einen optimalen Blick Richtung Steinhuder Meer gehabt. Auch nicht Richtung Id und Deister. Da war alles recht dunstig. Aber unterm Strich konnte man sehen, wie mystisch der Sündelturm von oben ist mit seinen vielen Hügeln, Hochebenen und auch Tälern. Ja, jetzt geht es weiter hier auf dem Philosophenweg Richtung Dachtelfeld. Und bevor ich das Dachtelfeld erreiche, komme ich erstmal zu einem ehemaligen NATO-Stützpunkt. Ein unscheinbarer Trampelfahrt, gesäumt mit Wurzeln, das kann ich euch sagen. Und dieser Pfad hier, der heißt NATO-Trail. Denn dieser Pfad führt direkt zur alten Radaranlage der NATO. Hier könnt ihr schön den alten Radarturm erkennen, der natürlich heute nicht mehr von der NATO genutzt wird, sondern hier ja nur noch ein paar Mobilfunk-Sender aufweisen kann. Und ansonsten ist dieses Gebiet hier, ja natürlich noch eingezäunt, aber großflächig jetzt freigegeben worden. Man sieht hier noch alte Panzerstraßen, die hier den Weg entlang führen. Aber ansonsten ist dieses Gebiet hier oben aufgegeben worden. Ja, das ist der alte Radarturm. Und ja, der Sündelturm auf der Hohen Ecke, der ist in die Richtung ungefähr, ja denke ich mal, 900 Meter. Ja, und ich möchte dann auch so langsam mich weiter Richtung Dachtelfeld vorarbeiten. Und während ich mich jetzt wieder auf den Weg mache, hier von der alten Radarstation weiter Richtung dem historischen Dachtelfeld, ja, schaut ihr euch den Radarturm auch nochmal kurz von oben an. Und dann kommen wir meinem Ziel dann auch langsam näher. Und dann kommen wir mal. 1962 sind hier bei extrem nebeligen Bedingungen zwei belgische Piloten verunglückt. Und da sie sich mit der Höhe des Sündels verschätzt haben, die Flugzeuge zerschelten hier an der hohen Ecke, die ja mit 440 Metern doch um einiges die anderen Hügel hier im Sündel überragt. Wir sind unterhalb der Radaranlage. Und hier sind dann vor genau 60 Jahren zwei belgische Piloten verunglückt. Im Hintergrund kann man sehen, da ist da aber auch hier der Sündel, sind geprägt von frei liegenden Felsbrocken mittlerer und größerer Art und Güte. Und auch der Weg, der mich jetzt immer weiter Richtung Norden führen wird, ist hier geprägt von allerlei Felsen, sodass ich hier wirklich mich vorsichtig vorarbeiten muss mit meinem Drahtesel, um mich hier gleich noch irgendwo ins Gebüsch zu fahren. Eine der vielen, vielen Weggabelungen hier im Sündel. Der ungeübte Wandersmann könnte sich hier sehr, sehr schnell verlaufen, aber nicht der Sprüdi. Der Sprüdi ist genau da angekommen, wo er hinwollte, nämlich hier oben auf dem Dachtelfeld. Hier haben wir eine riesige Hochebene im Sündel. Und hier oben auf diesem Dachtelfeld soll 782 die sagenumwobene Sündelschlacht stattgefunden haben. Ja, hier oben haben Sachsen und Franken sich gegenseitig bekämpft. Und zwar so arg, dass sich die umliegenden Bäche und Flüsse hier rot gefärbt haben sollen vom Blut der gefallenen Kämpfer. Ja, hier hinten haben wir die Blutebachquelle. Ja, der Name sagt schon einiges aus. Dieser Bach hat sich rot gefärbt während der großen Sündelschlacht und floss dann weiter unterhalb des Hohensteins. Das ist ja ungefähr in diese Richtung nochmal anderthalb Kilometer einem Heiligtum der Sachsen. Dort unterhalb fließt der Blutbach lang und der hat sich während dieser Schlacht rot gefärbt. Also man kann sich vorstellen, hier oben muss ein riesiges Gemetzel stattgefunden haben. Wir müssen allerdings so ein bisschen in die Geschichte zurückschauen. Worum ging es in der Sündelschlacht? 772 hat Karl der Große, der ja mit Gottes Segen, mit dem Segen der christlichen Kirche in Rom, ja sich sein Imperium aufgebaut hat, die Schnauze voll gehabt und hat sich gesagt, die Sachsen, die fangen immer an und ärgern mein Hoheitsgebiet, machen kleine Plünderungen und so weiter. Das muss ein Ende haben. Ich erobere jetzt das Land der Sachsen und drücke diesem Volk meinen ganz persönlichen Stempel auf. So geschah es dann, dass 772 Karl der Große in das Land der Sachsen eingefallen ist und als erstes eins der größten Heiligtum hat zerstört die Irmensäule. Und zwar diese Säule hat er zerstört und wegtragen lassen und dann hat er seinen blutigen Kampf gegen das Volk der Sachsen und deren heidnischen Glauben fortgesetzt. Das Heer der Franken war dem sächsischen zerstückelten Heer weit überlegen und hier am Sündel soll sich nach und nach das Heer der Franken unten an der Weser zusammengezogen haben mit dem Ziel, ein Heer der Sachsen hier oben im Sündel zu schlagen. Irgendwie ist es gekommen, dass das Heer der Franken etwas unkoordiniert hier in den Sündel vorgedrungen ist und ihr könnt euch vorstellen, die Sachsen, die leben hier oben, die kennen hier jeden Stein und jeden Baum und die wissen die Geländevorteile hier sehr gut zu nutzen. Und so kam es, dass das etwas unkoordiniert vordringende Heer der Franken hier oben von den Sachsen vernichtend geschlagen wurde und das, obwohl das Heer der Franken eigentlich ja weitaus kräftemäßig überlegen war. Blutig war es, ich habe es gesagt. Und diese Schlachte, die hat Karl dem Großen natürlich eine üble Kerbe in seinen sonst einwandfreien Lebenslauf gedrückt, sodass er dann beim Blutgericht von Pferden ja übelst Rache genommen haben soll. Dort sollen 4.500 sächsische Edelinge von Karl dem Großen hingerichtet worden sein. Er hätte dort eine Versammlung einberufen auf einem Tingplatz und zu so einem Tingplatz gehen die Sachsen erst mal generell unbewaffnet hin, weil dort Sachen in der Gruppe diskutiert werden sollen, um dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Er hatte diese Versammlung an einem Tingplatz eingerufen und dann die Edelinge sozusagen in einen Hinterhalt gelockt und die unbewaffneten Sachsen wurden dann sozusagen von Karl dem Großen hingerichtet. Und so hat Karl der Große nach und nach diesem Land hier seinen christlichen Glauben aufgedrückt und das Sachsenvolk, das ja mehr dem heidnischen Göttern gefrönt war, ja sozusagen in den christlichen Glauben getrieben. Sehr, sehr viele interessante Beispiele aus dieser Zeit des Eroberungsfeldzuges von Karl dem Großen. Wir haben zum Beispiel im Deister die alte Taufe, ein riesiger Monolith. Dieser Monolith soll mal ein Opferstein der Germanen gewesen sein und der wurde dann im Zuge der Christianisierung umgewandelt in ein Taufbecken. Dazu gibt es eine sehr interessante Geschichte. Die alte Taufe dort oben im Deister habe ich natürlich auch schon mal besucht und ein schönes Filmchen drüber gemacht. Habe ich euch hier oben gleich mal verlinkt. Und man muss natürlich wissen, der Hohenstein, diese riesige Felsformation, war ein Heiligtum der Sachsen und deswegen haben sie sich wahrscheinlich hier oben erst recht ins Zeug gelegt, weil sie dieses Heiligtum nicht auch noch verlieren wollten, so wie schon die Irmensäule, die da von Karl dem Großen ja übelst zerstört wurde. Und dementsprechend wurde sicherlich der Hohenstein diese Kultstätte hier mit extra viel Mut und Kraft sozusagen verteidigt. Ja, hier oben ist das Dachtelfeld, eine riesige Hochebene. Ich habe es gesagt, da vorne haben wir eine kleine Schützhütte. Da will ich jetzt noch mal einen Sprühdi-Stein verteilen. Und während ich dort den Sprühdi-Stein in das Gebälke drücke, ja, schaut ihr euch die Hochebene hier mal von oben an, damit ihr mal einen tollen Eindruck bekommt, ja, wie sich dieses Gelände hier von oben aus der Luft so darstellt. Ja, wie sich dieses Gelände hier von oben aus der Luft so darstellt. Ja, wie sich dieses Gelände hier von oben aus der Luft so darstellt. Eine schöne sechseckige Schutzhütte. Ich meine, die Hütte heißt hier Dachtelfeldhütte. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn nicht, habe ich es noch mal korrekterweise hier im Video eingeblendet. Ja, und an dieser schönen Schutzhütte möchte ich jetzt hier wieder einen meiner Sprühdi-Steine auf Reisen schicken. In der Hoffnung, dass ihn jemand findet und dann weiter in die weite Welt hinausschickt. Ja, ihr wisst, wenn er einen meiner Steine findet, unter Hashtag Sprühdis Kanal, Hashtag unterwegs mit Sprühdi, Hashtag Sprühdi. Die Hauptsache Hashtag sage ich immer. Irgendwie werde ich es schon mitkriegen, wenn ihr so einen Stein gefunden habt. Also postet es bei Instagram oder Facebook. Da freue ich mich drüber, wenn ich mal wieder was von meinen Steinen höre. Ja, ansonsten sage ich zu diesem Stein hier eine gute Reise. Und lege den einfach mal hier oben, ja, ganz versteckt auf die Säule. Zum Dachtelfeld habe ich viel erzählt. Ihr habt es mitbekommen. Und das dazugehörige kultische Areal am Hohenstein, das schauen wir uns jetzt an. Habt ihr das erkannt? Das Atomkraftwerk Runde. Es dampft nicht mehr, denn es ist stillgelegt seit Anfang des Jahres. Und deswegen haben wir dort keine markanten Dampfsäulen mehr, die dort am Atomkraftwerk Runde aufsteigen. Im Vordergrund, vor dem Atomkraftwerk Runde, da haben wir den Veranstaltungsort der Reichserntedankfeste. Da ist der Bückeberg bei Hagen-Osen. Da haben sich damals Millionen Menschen zusammengefunden und haben dem Führer zugejubelt. Mittlerweile ist es eine lehrreiche Dokumentationsstätte geworden, die über die Geschehnisse dort am Bückeberg ja aufklärt. Sehr, sehr interessant und auf jeden Fall einen Besuch wert. Ja, ein helllicher Blick Richtung Süden. Hameln liegt dort hinter dem Schweineberg. Und ja, ganz da hinten, ich habe es ja gesagt, da geht es dann weiter Richtung Nordrhein-Westfalen. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen, denn da drüben haben wir ja schon die Ausläufer des Teutoburger Waldes. Da drüben beginnt Nordrhein-Westfalen. Und von hier oben hat man einen helllichen Blick Richtung Westen, Richtung Teutoburger Wald. Hier auf dieser Seite, da haben wir den Hirschsprung. Dieser Felsbereich ist mittlerweile weiträumig abgesperrt, denn dieser Bereich ist sehr bröselig und immer wieder lösen sich dort Felsteile und stürzen hinab. Deswegen kann man auf den Hirschsprung nicht mehr draufgehen. Aber eins soll dort oben ein weißer Hirsch, einem Jägersmann, erschienen sein. Ja, hier im Hintergrund haben wir diverse Hügel und einer davon, ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher er es ist und ich glaube, wir können ihn gar nicht sehen. Das ist der Amelungsberg mit der großen Amelungsburg, der alten Waldanlage aus sächsischer Zeit. Und von dort geht man aus, dass das Heer der Sachsen hier in den Krieg gegen die Franken gezogen ist. Ja, sehr, sehr interessant. Hier oben bin ich auf der Teufelskanzel, ein Name, der wahrscheinlich daher herrührt, dass nach der Christianisierung dieser Bereich hier verteufelt wurde von der christlichen Kirche. Und die heidnischen Sachsen sollten hier oben nicht mehr zu ihrer alten Kultstätte zurückkehren. Deswegen hat man diesen Bereich hier oben Teufelskanzel genannt und diesen Bereich sozusagen damit auch verteufelt. Ja, ein herrlicher Blick hier oben in das Sündeltal. Und ja, wir gehen jetzt hier nochmal ein Stück runter. Hier vorne haben wir gleich die Niedersachsenwand und dann da hinten am Ende hier der Felsformation den grünen Altar, wo dann ja nachweislich kultische Handlungen stattgefunden haben. Ja, sehr schön. Im Hintergrund, da oben, da kann man nochmal diesen Radarturm erkennen. Da war ich vorhin. Da oben ist die hohe Ecke. Man kann es sehen, wesentlich höher hier als der Hohenstein. Wir sind hier nur auf 340 Meter über Normalnull. Und da oben haben wir ja fast, ja, 100 Meter mehr an Höhe. Und da oben steht der Radarturm. Und der Sündelturm, der ist da hinten auf dem Bereich. Ich habe es im Video mal markiert. Da oben müsste dann der Sündelturm sein. Ja, und wir sind jetzt hier, wie gesagt, am Highlight meiner Tour hier durch den Sündel an den Felsen vom mystischen Hohenstein. Hier bin ich jetzt am, ja, südlichen Ende dieser langgezogenen Felsformation. Eben da an der Teufelskanzel war ich ja im nördlichen Bereich. Und hier führen allerlei Wege runter ins Tal, wo der Blutbach dann seinen Verlauf hat. Da unten im Blutbachtal. Ja, und das südliche Ende hier vom Hohenstein ist geprägt hier vom Grünaltar. Hier führt sogar eine Treppe hoch, hoch oben auf den Felsen. Ja, und da wollen wir mal reinschauen. Ja, herrlich. Auch hier oben vom Grünaltar ein toller Blick Richtung Süden und Richtung Westen. Ja, so quasi genau wie an der Teufelskanzel, nur ein bisschen weiter südlich gelegen. Wir haben hier oben ein herrliches Schutzgeländer, sodass es hier zu keinen waghalsigen Kraxeleien kommen muss. Und die Besucher sich hier ja fest an dem Geländer halten können und nicht in die Tiefe stürzen. Denn immerhin geht es hier doch 40, 50 Meter in die Tiefe. Man vermutet, dass hier oben Opfergaben zu Ehren von Osteria gemacht wurden. Das ist die Göttin des Frühlings, wenn das Leben, wenn das Grüne wieder aus den Bäumen kommt und die Natur wieder anfängt zu leben. Und deswegen heißt das hier Ganze auch der grüne Altar. Ja, das hier vom Hohenstein und jetzt geht es wieder zurück Richtung Ausgangspunkt, Richtung Bellihausen. Und unterwegs gibt es vielleicht nochmal das ein oder andere zu bestaunen. Viele Menschen haben hier im Sündel ihr Leben gelassen. Sei es bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich habe es ja erzählt, da am Dachtelfeld die große Sündelschlacht. Aber auch da bei den Felsen am Hohenstein gibt es leider einige Suizide. Einige Menschen haben sich dort aus verschiedensten Motiven das Leben genommen und hinabgestürzt in die Tiefe. Und dann gibt es aber auch Wanderer, die Ruhe und Erholung suchen hier im Sündel und dann ja dabei unaufmerksam sind und dann ja ungewollt in die Tiefe stürzen. Und hier an dieser Stelle haben wir einen Gedenkstein zu Ehren der Renate Ricke, die als 13-jähriges Mädchen auf Klassenfahrt im Jahre 1956 hier wahrscheinlich ausgelassen mit ihren Klassenkameradinnen und Kameraden getobt hat. Ja, und dann hier in den Tod gestürzt ist. Ja, hier also ein Gedenkstein, der mahnend zeigen soll, der Sündel birgt allerlei Gefahren. Ja, ich dachte mir an dieser Stelle kann man nochmal einen schönen Sprühdi-Stein auf Reisen schicken. Der gibt diesem Ort der Trauer ja ein wenig Farbe und den lege ich jetzt hier hin und hoffe auch von diesem Stein vielleicht das eine oder andere zu hören. Und wenn nicht, kann er auch hier gerne liegen bleiben. Ja, ihr habt es gesehen, der Sündel hat einiges zu bieten. Von daher ein herrliches Ausflugsziel hier im Weserbergland. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, viele tolle Highlights konnte ich euch hier in dem Video präsentieren. Das ist natürlich längst nicht alles. Der Sündel hat einiges mehr zu bieten. Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Die Amelungsburg auf dem Amelungsberg, diese alte Wallanlage. Da bin ich jetzt natürlich gar nicht hingekommen auf diese Anhöhe. Und wir haben natürlich noch die Schillertöhle, die dem Besucher die spannende Unterwelt des Sündels aufzeigt. Auch die Schillertöhle ist ein herrliches Ausflugsziel. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, aber ich habe ja immerhin hier eine rund 25 Kilometer lange Rundtour hinter mich gebracht. Und diese Rundtour, die geht jetzt langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Deswegen neigt sich auch mein Video zum Ende. Schaut mal durch meinen Kanal, wenn ihr nicht genug vom Sprüdi bekommen habt. Dort findet ihr viele weitere tolle Ausflugsziele im Leinebergland, Weserbergland, aber auch im Kahlenberger Bergland und und und. Schaut mal durch, lasst euch inspirieren. Es gibt hier sehr, sehr viel zu entdecken. Ansonsten Daumen nach oben, netten Kommentar, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Das volle Programm und hier ist es das Schöne. Das volle Programm ist kostenlos. Ja, ich sage schönen Dank, dass ihr dabei wart und mit mir diese herrliche Tour durch den Sündel gemacht habt. Ich sage Tschüss, euer Sprüdi und zum Schluss nochmal ein paar schöne Aufnahmen hier aus dem herrlich-mystischen Sündel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt? Schluss. Schluss. Also, das Lied muss erst an einem bestimmten Punkt ankommen, dann kann ich hier überleiten in die Drohnenaufnahmen. Also, kleinen Moment noch. Jetzt. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018